Das ist Jenny XJ9, ein Teenage-Robot, geschaffen, um galaktische Bösewichte zu bekämpfen. So wie den hier, oder diesen, oder den hier auch. Hier stand das zwecklose XJ9. XJ9 ist ein Roboter mit außerordentlichen technischen Extras, so wie dieses Ding, oder dieses Ding, oder dieses Ding hier. Aber am wichtigsten, XJ9 ist der einzige Roboter mit der allermächtigsten Waffe. Die Unterhosenfalle. Die hat das nicht krass, die Jo. Für den Teenage-Drop, das Leben ist am Woh. Für den Teenage-Drop, weil mir ist echt was los. Teenage-Robot, heute um 13.05 Uhr bei Nicktoon.